überlege ich mal ich habe prime video ungefähr 67 euro im monat dann habe ich noch join kostet 699 im monat und schon ist wirklich legendär der beste leben ganz so viele geile fernsehsender gucken wenn man das möchte fp tv sender und so wir haben geile dokus wir haben auch ein film und so blablabla naja richtig gut benutzt sich voll oft eigentlich jede woche also dass das beides zusammen sind dann ungefähr so zwölf bis 14 euro die beiden sagen ja doch ich habe noch bei amazon so ein channel gebucht ich glaube discovery channel oder so für 299 also land nicht dann ungefähr bei 15 euro im monat und ich kann überall 4k gucken alles scheißegal und es gibt leute die zahlen 30 euro für netflix mit account sharing und dann sagen die doch das ist okay ja ist okay 30 euro 20 euro normalen netflix hammer account sharing 30 euro ist in ordnung hört sich gut an oder ich zahl 15 euro ich habe es heute um prime und discovery dinge und ich habe noch bei amazon theoretisch amazon music amazon reading für ebooks kriegt meine mutter mal ein paar ebooks für ihr kindle moped ich habe noch kostenlosen versand bei amazon prime versand heute bestellt morgen da manchmal bestellt sogar heute und ist heute da und da ist alles mit drin und es gibt leute die 32 euro für netflix dinge das war's komplett ja ist total gerechtfertigt auf jeden fall das macht total sinn es macht total sinn oder ich könnte noch ich könnte noch mit dem rest geld könnte ich noch irgendwas anderes abschließen keine ahnung rtl plus oder so eine scheiße oder disney disney also ich kann auch disney machen da bin ich immer noch billiger ich habe ich habe sky abgesagt als die mir 26 euro angeboten haben für komplett paket mit alles was geht aber gesagt verbeist euch verhaltet euren scheiß 30 euro für netflix dinge ja moin das lohnt sich genau bis zu sehen jungen